Moin Moin Freunde des Volker-Song-Rolls von der Reeper-Baden. Mittlerweile ist es Juni geworden und wir sind immer noch im Herzwerk 02-Studio bei unserem Lieblingsproduzenten Olmed Viper, um Ohrenfeinds Studioalbum Nummer 6 einzudengeln. Andi und Keul haben in den letzten Tagen ordentlich abgeliefert und jetzt muss ich mal ein bisschen nachlegen, es wird Zeit für Bass. Also Kopfhörer auf, Regler nach rechts, gebt alles. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020